Grüß euch Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Und zwar wollte ich euch nur darüber informieren, dass jetzt, ja, beziehungsweise, das habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, die letzten paar Tage Videos unregelmäßig oder nicht ganz am richtigen Tag oder vielleicht auch nur ein Video am Tag gekommen ist. Das liegt daran, dass ich heute am Montag, falls ihr euch das Video nicht heute anschaut, eine Prüfung hatte, eine sehr wichtige. Und ich habe sie bestanden und ich würde sagen, es geht wieder normal weiter. Das heißt, ab morgen Dienstag kommt alles regulär, es kommt morgen Skullum regulär, es kommt Rengo regulär, es ist regulär, ja, so ein bisschen Rengo-Akzent und ab Mittwoch auch alles wieder normal. Ab nun, nur die Woche wird Bloodborne leider ohne meinen Vater auskommen müssen, da er sich zeitlich momentan noch ziemlich im Termindruck befindet und wir wahrscheinlich erst wieder am Samstag oder Sonntag zu gemeinsamen Aufnahmen nehmen, Aufnahmen kommen werden. Ja, und das war es eigentlich schon. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder oder vielleicht gleich, je nachdem man das Video anschaut oder ob es euch euch alles anschaut. Ja, bis zum nächsten Video. Tschüss Leute. Tschüss Leute.